Von mir aus können wir uns das angucken, Digga. Letztendlich, man kann es sich natürlich angucken, aber letztendlich ist es halt oberflächlich von irgendwelchen B****s, Digga, die mich sowieso nicht jucken. Ob die mich mögen oder nicht, Digga. MonteBase, so ist es, ja. Okay, aber ey, von mir aus gehen wir in das Video rein, Digga. Juckt mich ja am Ende des Tages auch nicht. Smash, Mary, Kill mit Elias, Montana, Black und Ungespielt. Hat er mal die drei größten direkt genommen. Perfekt. Man weiß es nicht, ob solche Videos nur gemacht werden für die Reaction, aber wir gucken mal, was uns da erwartet. ... die Folge geschehen wird. Digga, das ist ja absolut todeslaut, das Video, was denn das für ein... ... das Gesicht weglassen, das will ich smash. Vielleicht heiraten wegen dem Geld, aber... ... weiß, was da noch kommt? Mach's einfach. ... du bist schon am Start. Was hältst du davon, der Chef? Digga, der sieht aus wie Dings, Alter. Wie von KSI, der Bruder, wie heißt der mal, ähm, wie heißt der nochmal? Detschi, genau, Detschi. Der sieht aus wie Detschi von Comedy-Shorts-Gamer, oder? Sieht eins zu eins so aus wie er. FMA ist ein, äh, ein rassistische Scheiße. Hahaha! Da am Argo! Hüt, was ihr habt? Uh, Tücher am Start. So, wir machen direkt smash. Ist zu leise oder zu laut? Ich bin Kiel, Yamata Edition. Äh, wie heißt du, wenn ich fangdach? Jack. Jack? Wie alt bist du? 17. 17, okay, perfekt. Wie alt bist du? Johanna. Wie alt, äh, wie alt bist du? 14. 14, okay. Wie alt bist du? Alexandra. Alexandra? Wie alt bist du? Lippsson. Okay, okay. Äh, sagen wir mal so. Ihr seid ja noch minderjährig. Sagen wir mal. Also, wenn ihr euch den Montan-Black hier angucken würdet. Ja? Mont ist ja schon... Also, ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass die alle drei mich nicht mögen, Digga. Ich sehe das schon an. Ich weiß schon, in welche Richtung das geht, Digga. Ich weiß schon, in welche Richtung das geht, Bruder. Das wird nicht gut für mich ausgehen. Wirklich sehr krass. So, ne? Wir haben Monta auf jeden Fall am Start. Wir haben... Oha, Bruder. Hä? Digga, das Bild habe ich ja nicht mal selber. Habe ich das gepostet, Digga? Bruder, was ist das denn für ein schönes Bild von mir, Mann? Digga, das Bild habe ich nicht mal selber. Hat das dieser Fotograf Niklas, der ist bei sich in der Dings oder was? Lass mich mal kurz einmal gucken. Der hat mir den Link von den Bildern geschickt. Da sind voll viele geile Bilder eigentlich dabei. Ich habe nur so die Crème de la Crème genommen. Digga, ich habe das Bild nicht mal selber. Egal, scheiß drauf. Weiter geht's, wir wollen uns jetzt mit nicht Kleinigkeiten aufhalten. Das Bild sieht auf jeden Fall Mashallah aus, Digga. Hier ein paar Platte, kennt ihr auch? Am Start, so. Und da haben wir auch unseren Bruder Unge am Start. Okay, also. Es wird darauf hinauslaufen. Ich sage, diese drei Jungdamen werden... Was ist... Wie ist die Challenge? Smash, marry, kill. Unge wird von allen geheiratet? Ja, Papa Platte wird gesmashed und ich werde gekillt. Okay, dann sagen wir mal... Smaschen tun wir raus, sagen wir Kaffee trinken. Wem ihr würdet ihr Kaffee trinken, wen würdet ihr heiraten und wen würdet ihr umbringen? Da raus, Monta, bleck. Umbringen. Ja, hart auf hart bin ich da jetzt auch nicht so sauer. Kann ich mit leben. Monta, bleck, umbringen? Ja. Eieiei, Bruder, Monti, wenn du das siehst, du uns umgebracht, Bro. Okay, und Unge? Heiraten, weil ich den als einzigen gut genug kenne. Okay, 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 Unge, du gewinnst auf jeden Fall. Und den nächsten dann Kaffee trinken. Ich habe das Video noch nicht gesehen, lieber Leistung-Chat. So, wie ich es gesagt habe, ist zumindest bei demjenigen oder derjenigen oder dem whatever, A, B, Q, yay, ist eingetroffen, so wie ich es gesagt habe. Okay. Okay, Kaffee trinken, Papa, okay. Und du? Äh, ich bin mir ganz... Also auf jeden Fall mit Papa Platte Kaffee trinken. Ach, Gott, bitte, bitte. Finish him, buddy. Ich wüsste nicht, wen... Ich glaube, ich würde auch Montana Black umbringen. Ich habe es doch gewusst. Monta, Bruder, die Leute wollen dich umbringen, Bro. Aber ich würde es mir überlegen, also vielleicht heiraten wegen dem Geld, aber... Oh Gott, okay. Aber wenn so, dann eher irgendwie, weil ich finde Mont, äh, irgendwie ist einfach am liebsten da raus. Okay, okay. Perfekt, also... Bruder, ich habe das Video vorher nicht gesehen, aber ich wusste es. Ich sag zu, ne? Monta, Bruder, ich will dich auch heiraten wegen Geld, so, ne? Wer will das nicht? Bei dir? Ich glaube, ich würde Papa Platte killen, äh, mit Mont, äh, Monta Heirat und mit irgendeinem Kaffee trinken, ja? Oh, okay, 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 sehr sch... Wichtig und richtig fürs Selbstbewusstsein, Digga. Reine, ne, ne, ne. Schönen Auswand. Vielen Dank, auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Perfekt. Jetzt haben wir neu. Chat, am Ende des Tages ist es wirklich einem scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen, Digga. Erstmal sind sie minderjährig und zweitens, es ist halt ein oberflächliches Format und nicht jeder muss mich ja mögen, optisch, whatever, ne? Ist ja vollkommen legitim, aber ich, ah, ne, die ist 17er, deswegen darf ich nichts sagen, okay. Kein Daten, wie heißt ihr? Dein Name? Francesca. Wie alt bist du? 30. Okay, wie heißt du? Ich bin Sandra und ich bin 29. Perfekt, okay. Was würdet ihr mit Monta am Blick machen? Töten. Im Monta am Blick töten? Töten. Spiegel. Ja, ich schließe mich da mal an. Bruder, Monte, du wurdest schon wieder umgebracht, Bro, ne? Was ist da los, Monte? Okay, okay. Wir machen dringend weiter. Was mit Unge? Ja, Bruder, das ist auch vollkommen, okay, Digga. Unge, was würdet ihr Unge machen? Smash, Mary, Kill, Unge. Also, Mary oder Kill, ne? Nee, Kill hatten wir schon. Ich kenne das schon besser als ich. Smash oder Mary? Genau. Komm, Unge. Smash. Nein. Also, du willst du... Wer weiß, was da... So innerlich weinst du? Nein, Bruder, soll ich dir... Ich sag dir ja auch, warum. Es ist ein oberflächliches Format, was wir uns angucken, richtig? Also kann ich auch oberflächlich sein. Keiner der gezeigten Frauen oder, keine Ahnung, AB, Q, T, W, ProSieben, Yay, ist jetzt so mein Typ gewesen. Also ich hätte alle auch rein optisch... Okay, jetzt hat die Kamera gerade gehangen. Ich hab's ganz genau gerade gesehen. Jetzt hat die Kamera gerade gehangen. Irgendwas ist mit diesem scheiß PC nicht in Ordnung, Digga. Direkt ein Neukaufen. Problem behoben. Alle der gezeigten Damen werden jetzt auch mein Typ nicht... Also sind nicht mein Typ. Und da hätte ich auch alle in dem Videoformat gekillt. Also es ist okay, Digga. Also Mary, Mary, Unge. Mary. Okay, du... Smash. Okay, Unge, du gewinnst auf jeden Fall. Der Bro, der paar Platte. Was willst du damit machen? Mary. Mary. Smash. Smash. Okay. Also Unge und Papa, ihr beide dominiert. Und Monte, Bruderherz, was ist da los? Die Leute killen nicht alle. Okay, vielen Dank, ne? Ja, sehr gerne. Perfekt, jetzt haben wir neun Keindaten. Wer bist du? Leo. Wie alt bist du? Ich bin 22. 22, perfekt. Bruder, er ist aber auch an einem ganz falschen Ort. Sag ich dir ganz ehrlich so, wie es ist. Ein nettes Bild von Ellie Geller. Würdest du ihn smashen, marryen oder killen? Können wir das Gesicht weglassen? Wir würden smashen. Also Ellie Gellers Gesicht gar nicht? Nee, ist nicht mein Typ. Passed. Kill. Ellie Gellertot, Junge. Oder Ellie Bro. Was ist denn da los? Komm. Sydney. Kill. Du hast ja kill schon benutzt. Mary oder smash? Mary, da muss man ja nicht smashen. Yeah. Ja, eben. Ey, ihr habt gemerkt, ne? Das ist diese Heiratstaktik. Man muss sich smashen. Okay, okay. Machen direkt weiter. Unser Bruder Rohart. Du kannst jetzt also nur smashen. Ja, ja, jetzt muss ich ja smashen. Ja, du musst es smashen. Ja, es gibt ja auch Papiertypen, ne? That one, there was a violation. Personally, I would a... Ha, ha, bo... Hm. Wenn du das als Mann machen würdest in dem Video, Digga, uff, direkt Shitstorm RTL vor deiner Tür, Digga. Soll ich euch sagen, auf was für Typ Männern sie steht? Vertraut mir. Carsten hat Jahrzehnte genau solche, also was ist genau solche? Solche Frauen bei sich zu Hause gehabt. Vertraut mir einfach. Einmal immer, äh, vertraut mir. Puder, ihr wurdet kaputt gemacht. Okay, krass. Vielen Dank. Nein, Spaß. Ist nur nicht mein Tipp. Ist bestimmt ein netter Kerl. Ja, du hast das korrekt. Ja, alles klar. Safe. Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast, ne? Jetzt haben wir einen special Guest. Einfach ich als Spiegel. Wir gehören zusammen. We're going to stop me. Rein da. Smash, marry, kill. Kurono. Kurono. Bruder, wo sind jetzt meine Bilder? Hallo. Zeig dir erstmal die Bilder. Hier haben wir Kurono, den Ehrenmann. Jetzt haben wir One Piece Theoretiker. Kennst du wahrscheinlich nicht. Und Ruffy. Und ich natürlich, ne? Auch wichtig. Also, Smash, marry, kill. Smash, marry, kill. Ah, ist für mich persönlich immer ein wenig schwierig. Aber ich würde mal sagen, Kurono. Was würdest du machen? Ich glaube, Kurono kenne ich noch ein bisschen mehr. Okay. Dann würde ich sagen, Kurono wäre Mary Potenzial. Okay, Kurono, marry. Auch süß. Auch süß, okay. Digga, wer sind die alle, Mann? Okay. Der Theoretiker. Also, als One Piece Fan. Ich weiß nicht, ob ich da aber Smash sagen kann. Ich glaube, dann würde ich kill sagen. Boah, Junge, One Piece Theoretiker. Ganz knapp. Ne? Die hat schon überlegt. Aber du weißt selber. Was würdest du machen mit mir? Absolut Smash. So, Kaya gefunden, Digger. Wichtig, wichtig, wichtig. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. So, ja. Hiermit endet das Video. Digger, was war denn das für ein Bodenloses? Hallo? Was habe ich hier gemacht mit Prozenten? Was ist das? Ach, Ton. Ne, ich bin schon wieder an meiner Basis zu Hause. Oder wie es selber, ne? Die Poster da hinten kommen böse. Ne, wichtig. Geh rüber. Ne, auf Insta, Bruder. Ja, also, Digi, dann muss... Ja, keine Ahnung. War lustig, das Video, aber viel zu kurz, Bruder. Also, da hätte man schon noch ein bisschen das Doppelte an Länge erwartet. Sag ich ehrlich, so hart auf hart, wie es ist. Hart auf hart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.